Guten Tag, ich begrüsse Sie alle ganz herzlich zu unserer Online-Vorlesung Distributed Systems. Mein Name ist Thomas Boczek und in diesem Video schauen wir uns Ethereum und ganz kurz die Smart Contracts an. Das Ziel dieser Vorlesung ist, dass ihr wisst, was oder wie eine 51% Attack funktioniert, was die Basis-Konzepte von Ethereum sind, wie das mit dem Gas funktioniert, den Smart Contracts, Account-Based vs. Unspent Transaction Outputs, kurz UTXOs, und was ich als Web3 bezeichne. Das nochmals als kurze Zusammenfassung von der letzten Vorlesung. Da haben wir uns mit Bitcoin beschäftigt. In der Mitte haben wir hier die Blockchain. Da haben wir die Blöcke, die zeigen jeweils auf dem vorherigen Block. Deshalb heißt es auch Blockchain, weil ein Block mit dem anderen verlinkt ist. Auf dieser Blockchain können User zugreifen, teilnehmen. Sie können Bitcoins senden oder auch empfangen. Es gibt Miner, die müssen bei Bitcoin jetzt ein Crypto-Puzzle rechnen. Sie müssen das in einer gewissen Schwierigkeit, müssen sie das Crypto-Puzzle lösen. Und wenn sie das gelöst haben, bekommen sie eine Belohnung. Das können sie wieder bei einer Exchange, zum Beispiel gegen Realwährung, also gegen Schweizer Franken oder US-Dollar wechseln. Und diese User können jetzt zum Beispiel über diese Blockchains die Bitcoins austauschen. Das können sie auch mit der Exchange machen. Das heisst, hier können sie auch kaufen, verkaufen. Und das ist so das Ökosystem so einer Blockchain. Die Building Blocks, die gibt es auf dieser Seite hier. Das habe ich ebenfalls kurz in der Vorlesung gezeigt. Vor allem, was hier das Hashen ist. Ist also, wenn ich jetzt sage, von A nach B ein Coin und ich auf Mining klicke, dann wird hier die Hash jetzt 35.000 Mal ausgerechnet, bis dann die Hash vorne vier Nullen hat. Das ist jetzt eine relativ einfache Berechnung. Beim Bitcoin-Netzwerk sind es einige mehr. Da könnt ihr euch auch ansehen, wie das mit der Blockchain, also wenn man Blöcke aneinander knüpft, wenn man dann mehrere von diesen Strängen hat. Und genau, da gibt es noch mehr mit ganz vielen Beispielen. Die Original-Sourcen, ich habe jetzt eine Kopie gemacht, weil ich wusste nicht, wie lange das das online bleiben wird. Original ist es hier. Hier gibt es auch noch ein paar Videos dazu, sicher auch hilfreich, das anzuschauen. Und hier ebenfalls diese gleichen Beispiele, die ich auch, also zumindest das hier, wo ich das in der Vorlesung gezeigt habe. So, dann kommen wir zur 51%-Attacke und zwar ist das ein Angriff, wenn man 51% der Hashing oder der Mining Power hat. Das kann man jetzt bei Proof of Work der Fall sein, kann auch bei Proof of Stake sein. Proof of Stake, wenn man zum Beispiel beweisen kann, dass man jetzt mehr als 51% der Assets hält, dann kann man ebenfalls so eine 51%-Attacke ausführen. Das ist eigentlich nichts Neues. Das hat auch Satoshi Nakamoto bereits beschrieben in seinem Paper. Das hat er 2008 veröffentlicht. Und hier steht drin, finde ich es, da. Das heisst, wenn das eben nicht der Fall ist, dann wird dieser Angreifer die längste Blöcke, die Blockkette haben und dementsprechend kann er dann Transaktionen verschwinden lassen. Und wie das funktioniert, das schauen wir uns an. Es funktioniert so, dass man ein Double-Spend ausführen kann und dann die Transaktion wieder rückgängig machen kann. Und hier ein Beispiel, wir haben jetzt einen Block, da haben wir Transaktionen von A nach B, da werden 10 Coins überwiesen, von E nach A 15 Coins. Es wird hier das Crypto-Puzzle ausgerechnet und dieser Block wird publiziert. Da ist noch gar nichts faul dabei. Und jetzt haben wir hier X, die Exchange, F derjenige, der das System dann angreifen will. Und F schickt nun an X 15 Coins. Das wird wieder normal gemeint. Das heisst, hier wird ein Proof of Work gefunden und es wird dann an den vorherigen Block angehängt. X, die Börse sieht, ja, ich habe 15 erhalten. Sicherheitshalber warte ich dann noch einen Block ab. Und was jetzt aber der Angreifer macht, er kann dann ebenfalls, wenn man eben mehr als 51% der Hashing Power hat, kann man einen Block erstellen, der ebenfalls hier angehängt wird. Aber hier sieht man die Transaktion F nach X ist nicht mehr drin, sondern hier hat es eine Transaktion F nach Y. Und Y ist dann unter Kontrolle des Angreifers. Dieser Block wird aber noch nicht veröffentlicht. Das wird jetzt insgeheim gemeint. Da oben geht es weiter, als wäre nichts passiert. Jetzt gibt es einen zweiten Block. Und die Börse X sieht jetzt, ah, da hat es einen Block gegeben. Das ist mir genug sicher. Ich zahle jetzt diese 15 Coins dem PRF nun aus und mache zum Beispiel eine Banküberweisung. Der Angreifer meint ebenfalls einen weiteren Block. Und weil er eben 51% der Hashing Power hat, kann er mehr Blöcke meinen. Das heisst, er hat bereits drei. Und was dann gemacht wird, ist, es wird diese Kette gebroadcastet. Jetzt wird es veröffentlicht. Und dann sehen alle, ah, da ist ja die längere Chain. Das heisst, dieser Block wird ungültig mit all den Transaktionen. Dieser Block mit den Transaktionen wird ungültig. Und das ist nun die aktuelle Chain. Und hier sehen wir, wenn jetzt die Exchange X bereits diese 15 Coins dem F schon überwiesen hat, dann hat die Exchange diese 15 Tokens quasi verloren, weil diese Transaktion gar nicht stattgefunden hat. Und das ist so ein Double Spend Angriff, wo man eben diese Transaktion rückgängig machen kann. Und so funktioniert ein 51% Angriff. Noch zu den Kosten. Es gibt eine interessante Webseite. Und zwar, wie teuer ein einstündiger Angriff, ein Double Spend Angriff oder ein 51% Angriff ist. Und zwar kann man Hashing Power kaufen bei NiceHash. Und das ist eine Seite. Dort kann man diese Hashing Power kaufen oder aber auch wieder verkaufen. Wenn man zum Beispiel jetzt eine Mining-Infrastruktur hat, kann man sie hier zur Verfügung stellen. Und derjenige, der Hashing Power braucht, kann diese Hashing Power kaufen. Und auf Basis von dem berechnet diese Seite, wie teuer eine einstündige 51% Attacke ist. Bei Bitcoin und Ethereum ist es relativ teuer. Das kostet hier eine Million ungefähr. Ob die Zahlen genau stimmen oder ob sie höher sind, das habe ich jetzt nicht überprüft. Aber wenn man mal weiter runter geht, hier bei den Coins, die nicht so bekannt sind, da sehen wir dann, wir sind bei ungefähr 16 Dollar. Das heißt, so ein 51% Angriff, der kann relativ günstig sein für unbekannte Blockchains. Das heißt, wenn man 51% der Hashing Power hat, dann kann es gefährlich werden. Das kann auch in Pools passieren. Also, wenn man jetzt bei so einer Blockchain Hashing Power bereitstellen will, dann macht man das in der Regel mit Pools, weil alleine die Wahrscheinlichkeit, dass man da ein Krypto-Puzzle lösen kann, ist relativ gering. Deshalb schließt man sich zu Pools zusammen. Und hier sieht man auch schon, dass die Pools eine relativ große Hashing Power haben. Gut, das ist unknown, aber zum Beispiel die Pools Poolin, via BTC, F2 Pool und Npool zusammen, die haben ein bisschen mehr als 51% und wenn die sich zusammenschließen würden, dann könnten sie so eine 51% Attacke auch durchführen. Wie gesagt, Solo Mining lohnt sich fast nicht mehr, es sei denn, man hat eine gigantische Form. So eine kleine Form, wenn man da mitmachen möchte, muss man in einem Pool mitmachen, sonst kriegt man kein Krypto-Puzzle gelöst. Solche 51% Angriffe, die sind auch nicht sehr unhäufig. Das heißt, sie passieren. Es wird auch immer wieder darüber berichtet. Zuletzt hier, das war letztes Jahr, 7. August 2021, und zwar Bitcoin Satoshi Vision. Das ist ein Fork von Bitcoin. Dort gab es drei 51% Angriffen, wo darüber berichtet worden ist, wie viele Transaktionen jetzt in diesem Double Spend Angriff Double Spendet wurden, oder wie viele Coins Double Spendet worden sind. Das steht jetzt hier nicht drin. Bei anderen Angriffen steht es jeweils drin. Das heißt, hier muss dann auch immer noch die betroffene Entität, meistens ein Exchange, und auch berichten, was sie oder wie viel sie bereits ausgezahlt hat. Und das ist in diesem Fall hier nicht ersichtlich. Dann bei Ethereum Classic, dort gab es ebenfalls ein paar Zwischenfälle, und es hier ist auch schon der dritte in diesem Monat. Das war im August 2020. Dort wurden auch mindestens 1,1 Millionen Ethers dann auch gestohlen oder gedoublespendet. Das heißt, sie wurden dann eben in einer Transaktion gebroadcastet, das wurde dann wieder rückgängig gemacht, das Geld wurde dann aber schon wieder ausgebezahlt, und so konnte man mit einer Double Spend Attacke, mit einer 51%-Attacke dieses Geld erbeuten. Auch DeFi-Plattformen betrifft es. Das war ebenfalls im Jahr 2020, im April 2020, und hier wurden Stablecoins im Wert von 6,7 Millionen Dollar erstellt. Und ebenfalls 2020, da wurde das GRIN-Netzwerk angegriffen, ebenfalls eine 51%-Angriff, das heißt eben diese Angriffe, die sind oder waren zumindest relativ häufig, der letzte große 2021, und im 2022 habe ich eigentlich nichts mehr über diese 51%-Angriffe gehört. Da gab es diese großen DeFi-Hacks, wahrscheinlich sind die lukrativer als solche 51%-Angriffe. In der letzten Vorlesung haben wir uns mit Bitcoin beschäftigt, in dieser Vorlesung werden wir uns mit Ethereum beschäftigen, und eines der Kritikpunkte an Bitcoin ist, dass die Features nicht schnell genug kommen. Es gibt relativ viele Stakeholder, die unterschiedliche Interessen haben, und dementsprechend gibt es auch bereits einige Hard Forks, das ist jetzt eine Seite aus 2018, hier sieht man schon, wie viele Forks es von Bitcoin gegeben hat. Bitcoin Satoshi Vision, zum Beispiel, wie wir, die wir vorhin gesehen haben, da ist hier noch nicht drauf, aber wir sehen hier Bitcoin Cash zum Beispiel, oder Bitcoin Gold oder Diamond, das sind alles Forks, wo die Community gesagt hat, hey, nein, etwas passt uns nicht, wir machen einen neuen Fork und implementieren es anders. Sie bewegen sich aber doch, also Bitcoin hat das eine oder andere Feature auch drin, das letzte große Feature ist Bitcoin Taproot, das ist eine Erweiterung, wie man die Contracts noch effizienter gestalten soll, sodass dann die Scripts nur das beinhalten, also nur das Nötige beinhalten, um die Scriptgrösse möglichst kompakt zu halten. Und bei Bitcoin wissen wir ja, je grösser die Transaktion, desto teuer wird sie, und mit Bitcoin Taproot werden die Transaktionen eben kleiner und deshalb auch günstiger. Also es passiert einiges, aber einigen ist das nicht schnell genug. Es gibt aber das Bitcoin, die Scriptsprache, die haben wir uns auch ganz kurz angeschaut, damit ist zum Beispiel das Lightning Netzwerk möglich, hier kann man Microtransactions, quasi eine Layer 2 Lösung, auf Bitcoin durchführen, das heisst, man kann doch den ein oder anderen Use Case durchführen. Ethereum, das wird als eine generische oder Generalized Blockchain bezeichnet, es hat mehr als nur die Bitcoin Scripts, also die Bitcoin Scripts haben auch zum Beispiel keine Schleifen drin, bei Ethereum kann man Schleifen drin haben, das heisst, es gibt Upcodes, mit denen kann man dann auch rechnen, und Ethereum momentan, können wir uns auch kurz den Preis anschauen, ähnlich wie Bitcoin, kann man ebenfalls kaufen, und der Preis momentan, gehen wir kurz auf CoinMarketCap, hier sieht man den Preis bei 1950 US-Dollar, es ist die Nummer 2, direkt hinter Bitcoin, und hat eine Market Capitalization von 236 Milliarden US-Dollar, und ist ungefähr ein Drittel so gross wie Bitcoin. Das Whitepaper dazu wurde 2013 geschrieben und veröffentlicht. Bitcoin, wie gesagt, das ist wie in der letzten Vorlesung gezeigt, das wurde 2009 gestartet, das heisst, vier Jahre später, hat man sich Gedanken gemacht und geschaut, wie kann man jetzt Bitcoin verbessern, und die Smart Contracts so flexibel wie möglich gestalten, und das Whitepaper könnt ihr euch gerne hier durchlesen anschauen, es wird auch immer wieder abgeratet, das letzte Update, das ist auch vor ein paar Tagen geschehen, genau, da wird dann alles erklärt, das sieht ähnlich aus wie Bitcoin, das sollte euch auch bekannt sein, ebenfalls mit der Nonce, und hier ebenfalls braucht es zur Zeit noch ein Proof of Work, das sollte sich dann aber bald mal ändern. Das Protokoll wurde von Neuem, von Grund auf designt, das heisst, es ist kein Volk von Bitcoin, nicht so wie Litecoin oder Peercoin, sondern wurde neu geschrieben und neu entwickelt. Der Initiator oder die Initiatoren sind auch bekannt, es gibt eine Ethereum Foundation, die ist in Zug, das ist Vitalik Buterin, einer der Co-Founder, und ähnlich wie bei Bitcoin bekommt man eine Belohnung, wenn man den Block erfolgreich, das Crypto-Puzzle in einem Block erfolgreich berechnet hat, das passiert ungefähr alle 14 Sekunden, bei Bitcoin sind es 10 Minuten, hier 14 Sekunden, das heisst, da geht es ein bisschen schneller und es werden ungefähr zwei Ethers pro Block erstellt. Und zwar wird es immer zwei Ethers geben, wobei es hat mal bei 5 gestartet, dann hat man es reduziert, momentan ist es bei 2, das kam mit den Hard Forks, dort wurde eben dieser Reward dann runtergesetzt. Und wie es in Zukunft aussieht, das wissen wir nicht, da wird sich die Community noch einigen, soll es bei 2 Ethers bleiben, wird es begrenzt, und sowieso bei Ether 2.0, da wird sich auch noch einiges ändern. Ethereum wurde 2015, das war der letzte Proof of Concept, wurde diese Version released, und die erste Version, die man quasi öffentlich benutzen konnte, die gab es dann ein paar Monate später, und zwar am 30.07. Hier ging das Main Public Network Live, das war vor sieben Jahren, das heisst, Ethereum ist mittlerweile auch schon sieben Jahre alt. Und da gab es dann zwischen der ersten Version, und jetzt gab es dann ebenfalls noch diverse Zwischenversionen, oder respektive Upgrades, also Homestead, dann kam Byzantinum, hier hat man den Reward von 5 Ethers auf 3 Ethers gekürzt, dann bei Konstantinopel von 3 Ethers auf 2 Ethers, da hat man dann noch Bit Shifting eingeführt, das war dann auch sehr hilfreich. Bei der Istanbul Version hat man die Gaskosten geändert, um gegen die Nile of Service Angriffe gerüstet zu sein, hier gab es nur eine Difficulty Bomb Delay, da werde ich noch später ebenfalls drauf eingehen, was das ist. Die Gaskosten wurden beim Berlin Hard Fork geändert, und beim letzten Hard Fork, beim London Hard Fork, dort wurde die Blockgrösse dynamisch gestaltet, und ebenfalls, wie das Gas berechnet wird, das wurde ebenfalls neu, wurde komplett erneuert. Und in der zukünftigen Ethereum 2.0, wobei es heisst nicht mehr 2.0, dort wird es dann Proof of Stake geben, nicht mehr Proof of Work, und es kommen dann sicher noch andere, weitere Features dazu. Was sicher auch wichtig ist, ist die Skalierung. Auch hier, wenn man jetzt ins Ethereum-Netzwerk mit einem Fullnode einsteigt, dann muss man alle Transaktionen seit dem Beginn, also seit 2015, seit dem 30.07.2015, hat man dann alle Transaktionen mit einem Fullnode, und das steigt dann ebenfalls. Je mehr Transaktionen kommen, desto größer oder desto mehr Festplattenspeicher braucht es, und hier schaut man auch, dass man das besser skalieren kann. Eine gute Übersicht über die Statistiken gibt es hier auf Etherchains. Da hat man eine sehr gute Auswahl an interessanten Grafiken, was der Preis ist in US-Dollar, wie viele Transaktionen pro Tag durchs Netzwerk gehen, wie viel Gas verbraucht wird, was der Mining-Reward ist, also da findet man sehr viele Informationen. Bezüglich dem Preis hat es eine ähnliche Entwicklung wie Bitcoin durchgemacht, das ist jetzt 2016. 2017 hat es dann bereits so ausgesehen, hier sieht man, wie es 2016, dass eben dieser Ausschlag eigentlich ganz klein gewesen ist, und mittlerweile ist, das ist eine Grafik aus 2021, mittlerweile sieht es auch schon ein bisschen anders aus, das heisst, der Preis ist wieder gesunken auf ungefähr 1.900, fast 2.000, das ist der momentane Preis. aber um den aktuellen Preis uns anzusehen, können wir auch hier nachschauen, hier sieht man den Etherpreis, ging mal fast auf 4.000 hoch und das letzte hoch war bei 3.400, momentan ist es eher auf dem absteigenden Ast und irgendwo bei 1.900 hier. Es ist die zweitgrösste Blockchain und was die Anzahl Transaktionen angeht, es kann relativ viel, also im Vergleich zu Bitcoin, kann es mehr Transaktionen im Netz bewältigen als Bitcoin, hier zu den Spitzenzeiten, da gab es 18,2 Transaktionen pro Sekunde, das ist relativ viel und heute, wenn wir uns die Grafik anschauen, haben wir ungefähr, was sind das, eine Million, ein bisschen mehr als eine Million Transaktionen pro Tag, das ist natürlich gegenüber einem Visa-Netzwerk oder einem Bankensystem ist das nichts, aber dennoch, wenn man jetzt weitere Lösungen sich anschaut, wie die Layer 2 Solutions, dann kann man doch damit einige Use Cases abdecken. Bezüglich den Node Counts, da bin ich nicht ganz schlau draus geworden, die haben auch abgenommen und zwar waren es, sind es dann um die 2.000 bis 3.000 und dann plötzlich fallen sie unter 1.000, dann steigen sie wieder, dann sinken sie wieder. Diese Grafik scheint mir nicht akkurat zu sein, das heisst, was jetzt die genauen Zahlen sind, kann ich jetzt so noch nicht sagen. Könnte sein, dass es 3.000 sind, könnte sein, dass es mehr ist, könnte sein, dass es auch weniger ist. Bezüglich der Blockgröße, da sieht man auch schon das Problem, die Grösse des Blockes nimmt auch immer zu, das heisst, es kommen nicht nur ständig neue Transaktionen, sondern auch mehr Transaktionen, die Blöcke werden grösser und das skaliert noch weniger und auch wenn wir uns anschauen, wie viele Accounts das es gibt, wo ein, also die Accounts, die, auf denen entweder ein Smart Contract gespeichert ist oder die Fonds drauf haben, dort geht man dann schon Richtung 200 Millionen, das heisst, es gibt bereits ungefähr, oder fast 200 Millionen Accounts im Ethereum-System. Ebenfalls eine gute Statistikseite ist die folgende Seite hinter diesem Link hier und hier sieht man die Nodes, welche alle am Minen sind, das heisst, diese Nodes lösen diese Crypto-Puzzles. Die Difficulty schreibt vor, wie schwierig das Crypto-Puzzle ist. Hier sieht man die Blockzeiten, im Schnitt ungefähr 14 Sekunden, es kann aber auch sein, dass es länger geht, hier sieht man 45 Sekunden, es kann aber auch kürzer sein, zum Beispiel 0,7 Sekunden, aber im Schnitt, wie gesagt, sollten es 14 Sekunden sein. Und hier sieht man das Gas Limit, da sind wir ungefähr bei 30 Millionen, das heisst, da werde ich noch später drauf zukommen, wie diese Transaktionen mit dem Gas, was es auf sich hat, das beschreibt, wie viele Transaktionen oder welche Arten oder wie kompliziert dürfen die Transaktionen sein, die hier ausgeführt werden. Die Difficulty, die steigt eben auch an, wie bei Bitcoin, das heisst, hier sieht man, die Hardware wird immer effizienter, man will diese 14 Sekunden einhalten, das heisst, man muss die Difficulty dementsprechend erhöhen. Bezüglich dem Preis, das habe ich auch schon angetönt, momentan sind wir ungefähr bei 1.900, hier gibt es auch starke Fluktuationen, ähnlich wie bei Bitcoin, wird ebenfalls hier in Mining Pools gemeint und hier sieht man auch schon, dass die zwei grössten Pools, Ethermine und F2 Pool, die haben zusammen 45%, mit dem dritten hätten sie dann mehr als 50% und wenn sie sich zusammenschließen, können sie so einen 51% Angriff durchführen, aber das ist nicht im Interesse, weil sie verdienen auch mit diesem Proof of Work Geld, das heisst, man kann sich zusammenschliessen, kleine Meister schliessen sich zusammen, hier muss man dann noch ein paar Prozente abgeben und dadurch finanzieren sich diese Pools. Genau, das ist eine andere Ansicht, das ist die Poolverteilung auf Etherscan, aber auch hier, das ist je nachdem, ob man jetzt einen 1-Wochen-Snapshot oder einen 7-Tagen-Snapshot nimmt, sieht das ein bisschen anders aus, aber hier sieht man auch Ethermine und der F2 Pool, das sind die zwei grössten und zusammen mit dem dritten hätten sie eine 41% Mehrheit. So, schauen wir uns nun die Blockzeiten und das Gas an, wie das genau funktioniert und zwar der Gas Price, der oder respektive das Minimum wird vom Miner gesetzt und der Gas Price kann man sich hier auf dieser Seite anschauen, und die Base-Fee, die wird eigentlich berechnet, da wird dann geschaut, in die Vergangenheit hat es viele Transaktionen drin, dann muss die Base-Fee steigen, sonst muss sie dann wieder tiefer angesetzt werden, momentan ist die Base-Fee bei 43, dann gibt es noch eine Priority-Fee und je nachdem, wie hoch die Priority-Fee ist, dann ist der Miner mehr gewillt oder eher gewillt, diese Transaktion dann auch aufzunehmen. Und entsprechend der Gas-Fee, es gibt auch ein Minimum, das der Pool setzen kann oder der Miner setzen kann, und zwar, wenn man zum Beispiel jetzt einen Gas-Preis von, sagen wir, 16 setzt, dann wird der Garni zum Nanopool kommen, weil dieser sagt, hey, es muss ein Minimum von 20 Quay geben, Quay pro Gas, sonst nehme ich oder werde ich diese Transaktion gar nie berücksichtigen. Das hat ein bisschen geändert, diese Gas-Preis-Berechnung durch den London Hard Fork, das heißt, früher wurde es ein bisschen anders berechnet, da gab es einen Markt, man konnte dann sagen, hier sieht man noch die Legacy, wie es berechnet worden ist, man konnte dann sagen, hey, für diese Transaktionen zahle ich jetzt 36 Quay und da gab es dann einen Marktplatz und es gab dann Miner, wo gesagt haben, ja, das entspricht meinem Minimum, ich nehme sie in meinem Mempool auf und dann im Mempool gab es dann auch wieder eine Reihenfolge, die lukrativsten Transaktionen waren natürlich zuoberst, weil man hat dann auch nur eine gewisse Anzahl, welche man in einem Block minen kann, es gibt ja diese Gas Limit, Block Gas Limit, das ist diese Limite hier bei 30 Millionen Gas, mehr geht nicht rein und wenn in Mempool jetzt mehr Transaktionen drin sind, dann werden einfach die lukrativsten genommen. Wenn ich von Quay spreche, dann ist das eine Untereinheit von Ethereum, von Ethers, also ein Ethers, das ist so die Basiswährung, die kleinste Einheit bei Bitcoin ist ja Satoshi, hier ist es Quay und das sind die Untereinheiten und Quay ist eben so eine Untereinheit, und der Miner entscheidet dann auch, welche Transaktionen in diesen Block mit aufgenommen werden, das heißt, die lukrativsten schaffen es, wenn sie die Minimumhürde erreicht haben und wenn man einen zu tiefen Guest Price oder eine Priority Fee jetzt nun ansetzt, dann muss man entsprechend auch länger warten, bis diese Transaktion in den Block aufgenommen wird. Ein weiteres wichtiges Konzept ist die Ice Age. Ich habe ja vorhin erwähnt, dass die Blockzeit ungefähr bei 14 Sekunden liegt. Hier unten sehen wir die Zeiten in einem Graphen und hier sieht man schon, dass da etwas nicht stimmt. Das ist die sogenannte Ice Age, auch wunderbar in diesem Artikel beschrieben hier, was die Ice Age ist. Und zwar setzt hier eine sogenannte Difficulty Bomb ein. Das heißt, es wird immer schwieriger, das Krypto-Puzzle zu lösen und die Idee ist, dass das kurz vor einem Hard Fork stattfindet. Und das Resultat ist, dass eben diese alte Chain mit dieser Difficulty Bomb dann extrem schwierig ist, einen weiteren oder sehr rechenaufwendig ist, einen weiteren Block hinzuzufügen. Somit wird die alte Chain Read Only. Da kann man nur noch lesen. Und bei der neuen Chain, also beim neuen Fork, macht man einen sogenannten Reset. Man setzt den Timer wieder zurück und hat wieder eine Blockzeit von 14 Sekunden. Bei den diversen Releases, es gab auch nur Forks, um zum Beispiel eine Difficulty Bomb zu entschärfen. Wenn wir hier auf diese Slide gehen, bei diesem Muir Glacier, dort wurde dieser Release nur gemacht, ein Fork gemacht, um diese Difficulty Bomb, um diese Ice Age wieder zu entschärfen, damit die Blockzeit wieder bei 14 Sekunden ist. Man hat gedacht eigentlich, dass die Features zu diesem Zeitpunkt ready sein werden. Das war aber nicht der Fall und deswegen hat man sich entschieden, eben nur die Difficulty Bomb oder die Ice Age zu entschärfen und sonst nichts zu machen. Das heisst, so eine Ice Age dient dazu, dass man bei einem Hard Fork die alte Chain read-only macht und dann auf der neuen Chain weiterarbeiten kann. Andere Chains machen es ein bisschen anders. Es gibt Abstimmungsmechanismen bei anderen Chains, wie zum Beispiel bei Tesos. Dort wird dann nur ein Fork gemacht, wenn dann genügend Stimmen zusammengekommen sind und Ethereum machen das eben mit dieser Ice Age. Dann kommen wir zum Guess. Ich habe über die Guesspreise berichtet, was die Guesspreise, wie sie festgesetzt werden, was es für einen Einfluss hat, aber ich habe jetzt noch nicht gesagt, was ist überhaupt ein Guess. Und ein Guess wird oder muss bezahlt werden für eine Operation, welche in einem Smart Contract ausgeführt wird. Das heisst, die Smart Contracts, die werden in einer Programmiersprache, es gibt zum Beispiel die bekanntesten Solidity, das ist eine JavaScript-ähnliche Programmiersprache. Dort wird der Smart Contract entwickelt. Er wird dann kompiliert in sogenannte EVM-Opcodes. Und das kann zum Beispiel sein, man addiert hier zwei Zahlen, man multipliziert, dividiert und hier sieht man schon, für diese Operationen muss W-Low bezahlt werden und der Preis für Low ist 5 Gas. Das heisst, für eine Multiplikation 5 Gas, für eine Division 5 Gas, für eine Addition, die ist ein bisschen günstiger, Very Low, da muss man nur 3 Gas bezahlen. Ganz teuer wird es, wenn man etwas speichern möchte. Da zahlt man 20.000 Gas, das heisst, Speicherplatz ist sehr, sehr, sehr teuer. Und während dem, dass dieser Smart Contract durchgeführt wird, diese Opcodes, add, jump, vergleiche, less than, greater than, dort für jede Operation fällt dann ein gewisser Gas-Wert an. Also es, solange der Kontrakt läuft, also ausgeführt wird, wird dieses Gas kumuliert und am Schluss, wenn der Smart Contract fertig ist, muss dann dieses Gas auch bezahlt werden. Und wir haben gesehen, für Gas, dort wird um die Base-Feed, das ist um die 40 Quay pro Gas, das heisst, für eine Very Low Operation, also für zum Beispiel ein Add oder eine Subtraktion oder ein Vergleich muss drei Gas bezahlt werden und drei Gas kosten mit einer Base-Fee von 40 Quay, kostet das 120 Quay. Und das akkumuliert sich und am Schluss muss man alles, diesen akkumulierten Betrag bezahlen und natürlich setzt man dann auch als Smart Contract, also derjenige, der das aufruft, setzt man eine Limite. Es kann ja sein, dass der Smart Contract irgendwo einen Fehler drin hat, irgendwo eine Endlosschlaufe und wenn man jetzt zu wenig Ethers, also zu wenig Quay mitgibt, dann bricht diese Ausführung ab und es kommt dann ein Out-of-Gas-Fehler und der Miner sagt dann, führe ich nicht aus, das wird nicht funktionieren. Oder respektive, er führt es aus, das ganze Gas wird eigentlich, bekommt der Miner, bis zu diesem Zeitpunkt führt er es aus, wo das Gas noch reicht, aber der State wird nicht geändert. Das heisst, dieser Contract, alles was auf diesem Contract verändert worden ist, der ganze State, der wird wieder rückgängig gemacht. Und hier kann ich ein Beispiel nehmen, das heisst, das ist ein Smart Contract, der wurde in Solidity geschrieben, das wurde kompiliert in diese EVM-Opcodes und hier sieht man diese Operationen, die gemacht werden. Hier sieht man den Vergleich, Lesser-Den, das was im Stack ist, wird dupliziert zum Beispiel. Hier wird auch geprüft, ob die letzten beiden Stack-Einträge gleich sind. und für jede diese Operationen, das sieht man hier hinten, Gas-Kost, wie teuer das ist, und wenn das dann durchgelaufen ist, es kann natürlich hier auch Loops geben, das heisst, dann wird einfach hier, werden diese Gas-Kosten akkumuliert, und dann wenn es durchgelaufen ist, dann weiss man, wie viel das man zahlen muss und wenn der Transaktions, derjenige, der die Transaktion geschrieben hat, genügend Ethers oder Quay mitgegeben hat, dann wird auch die Transaktion ausgeführt. Wenn man eben zu wenig mitgibt, kommt Out of Gas, der State auf der Chain wird nicht geändert, aber der Miner kriegt das, was er dann ausgerechnet hat. Diese Informationen, die gibt es im berühmten Yellow Paper von Gavin Wood. Hier ist beschrieben, spezifiziert, wie das die EVM aufgebaut wird, wie sie rechnet, und hier sieht man die aktuellen Kreise. Und genau, das ist die Definition. Es gibt natürlich mehrere Implementationen von der EVM, aber jede muss gleich rechnen und jede EVM-Implementation muss auf das gleiche Resultat kommen. Auf der EVM sind die Berechnungen relativ teuer. Wir haben gesehen, dass das Speichern von Daten sehr, sehr, sehr teuer ist. Das heißt, wenn man ein Smart Contract schreibt, soll man möglichst wenig auf der Chain speichern, höchstens eine Hash oder sonst noch ein paar Informationen, je mehr man speichert, desto teuer wird es. Und auch die Computation, obwohl das eigentlich günstig aussieht, diese Computation muss eigentlich von jedem Knoten muss diese Berechnung ausgeführt werden. Das heißt, jeder Knoten führt die gleiche Berechnung aus, kommt auf das gleiche Resultat, und deswegen kann das auch als teuer angesehen werden. Die Blockchain kann angesehen werden als ein globaler Computer, der eigentlich immer läuft und auch immer alles korrekt ausrechnet, weil eben jeder Knoten muss auf das gleiche Resultat kommen. Bei der EVM, das ist auch noch sehr wichtig, im Gegensatz zu Bitcoin, das ist ein Account-basiertes System. Bei Bitcoin haben wir die Unspent Transaction Outputs, das heißt, dort definiert man, wie viel das jetzt ausgegeben werden kann, durch die Anzahl von Unspent Transactions, also auf wie viele Transaktionen man Zugriff hat. Und bei Ethereum, dort hat man ein Account-basiertes System. Eine gute Übersicht auf dieser Seite, was für Account-Typen das es gibt, es gibt eigentlich zwei Typen, Externally Owned Accounts, das heißt, die werden dann von außen, können Smart Contracts getriggert werden, aber auch Contracts, die können, oder gelten ebenfalls Accounts und dort, die können ebenfalls IDIS halten. Also beide, Externally Owned und Contracts, die können IDIS halten, aber Transaktionen können nur getriggert werden, von einem Externally Owned Accounts, die Unterschiede zwischen Account-Based und Unspent Transaction Outputs, das ist eben das Bitcoin-System, Account-Based, so haben wir es bei Ethereum, das ist analog wie bei einer Bank, man hat ein Konto, dort geht Geld rein, geht Geld raus, man hat einen Kontostand und das, was momentan auf dem Kontostand ist, so viel habe ich und bei Bitcoin, beim UTXO-basierten, dort muss man sich merken, auf welche UTXO, Unspent Transaction, sich zugreifen kann und so viel Bitcoins kann ich dann ausgeben. Implementiert wird es durch einen globalen State, wo man dann schreibt, diese Adresse, dieser Account hat so viel und beim UTXO, dort muss man dann sicherstellen, dass eben dieser Unspent Transaction Output noch nicht verwendet worden ist. Wenn er verwendet worden ist, dann ist das Geld weg, also dann sind die Bitcoins weg, es muss noch Unspent sein. Die Transaktion, wenn ich einen abschicke, darf natürlich die Balance nicht übersteigen, sobald die Balance dann überstiegen wird, dann wird diese Transaktion nicht ausgeführt, und wenn man genügend Balance hat, dann wird diese Balance dann von diesem Account abgezogen, ähnlich wie man das auf der Bank auch kennt. Und beim UTXO-basierten, dort, wenn man einen Unspent Transaction Output referenziert, dort wird der ganze Unspent Transaction Output Amount gespendet und wenn man nicht alles ausgeben möchte, dann muss man eine Change Adresse angeben, die dann wieder unter Kontrolle ist des Centers. Beim Ethereum-basierten System können auch Contracts Accounts sein, das heisst, Contracts können auch ETHS halten. Man kann zu einem Contract ETHS schicken, dort kann man dann auch definieren, dass zum Beispiel ein Code ausgeführt wird, eben diese EVM Upcodes, die wir gesehen haben, und die können den State dann ändern, das heisst, die können dann irgendetwas speichern oder etwas lesen und damit etwas anfangen. Bei den UTXO-basierten, dort gibt es ebenfalls Möglichkeiten für Scripts, aber eben das ist limitiert, nicht so wie bei Ethereum, bei Bitcoin gibt es keine Loops und für jeden Input kann es dann unterschiedliche Scripts geben, wie ich diesen Input spenden darf. So sieht eine mögliche Transaktion aus, die eine andere Transaktion referenziert im Bitcoin-System, das heisst, hier haben wir 25 Bitcoins, die werden in dieser Transaktion 1 gespendet, da gehen 4 in die Transaktion 2 und es müssen aber alle 25 Bitcoins gespendet werden, das heisst, das wird eine Change-Adresse sein, 21 Bitcoins, die an den Sender zurückgehen. 4 gehen dann hier rein und hier in diese zweiten Transaktion werden 3 Unspend Transaction Outputs referenziert, zusammen gibt das dann 7 und diese 7 müssen wieder gespendet werden und wenn man nicht alles ausgeben möchte, muss es dann hier eine Change-Adresse geben. und die Differenz zwischen Input Output, das wird definiert als die Minor Fee und da sollte man natürlich auch aufpassen, dass man es richtig ausrechnet, das ist nicht immer der Fall, hier ein Bericht, wo jemand aus Versehen 80 Bitcoins in Fees gezahlt hat, die wurden dann zum Glück auch wieder zurückgegeben, das ist ganz viel Geld, zu dieser Zeit waren es 200.000 US-Dollar und er hat wahrscheinlich die Differenz hier falsch berechnet. Bei Ethereum sieht das ein bisschen anders aus, dort hat man die Accounts, man hat hier zum Beispiel zwei Accounts und hier hat man 25 Ethers, welche man zu diesem Account schickt, das kann ein External Owned Account sein oder ein Contract sein und wenn man jetzt vier rausschickt, dann bleibt in diesem Account bleiben noch 21 Ethers und der Account 2 hat dann, wenn wir hier diese drei Transaktionen haben, hat dann auch wieder sieben Ethers und kann dann zum Beispiel zwei wieder ausgeben und dann bleiben noch fünf Ethers in diesem Account. Das ist also der Unterschied zwischen einem Account-basierten System und hier einem UTXO-basierten System. Ohne jetzt groß noch auf die Details einzugehen, werde ich noch kurz zeigen, wie man mit Smart Contracts interagieren kann. Das kann man zum Beispiel mit einem Web3 Provider Metamask, da habe ich auch wieder in den News Artikel gezeigt, welche Web3 mehr in das rein interpretieren, also für mich ist es eine Verbindung Browser Blockchain und von dem her ist es für mich einfach ein Tool, das man brauchen kann, wenn man möchte, aber wenn man nicht möchte, dann muss man es nicht brauchen. So viel eben zu dieser politischen Diskussion. Mit Metamask kann man seine Schlüssel verwalten, das heißt dort kann man seine Externally Owned Accounts verwalten. Hier ein Beispiel, ich habe Metamask bereits installiert und da habe ich jetzt hier auf dem Ringpea Netzwerk habe ich hier meinen Account, Metamask verwaltet meine Schlüssel und auf diesem Testnetzwerk habe ich fast 60 Iders drauf, damit kann ich dann herumspielen, damit kann ich Kontrakts aufrufen oder Kontrakts deployen und dieses Plugin hier, das gibt es für Chrome und für Firefox, das ermöglicht, dass eine Webseite über Metamask, über diesen Web3 Provider auf eine Blockchain zugreifen kann. Das gibt es für andere Chains auch, es gibt für diverse Blockchains gibt es ebenfalls solche Provider, wir werden uns in der Vorlesung auf Ethereum beschränken, das ebenfalls im Herbstsemester wo wir uns vertieft mit Blockchains befassen werden. Eines der Kritikpunkte an Metamask ist, dass es eine zentralisierte Komponente ist, da wird es politisch, wenn man sagt Web3 ist dezentral, aber im Prinzip Metamask verwendet Infura, das ist ein Dienst, welcher so ein Ethereum Knoten zur Verfügung stellt und Metamask macht eben diese Bridge zwischen dem Browse Plugging und so einem Ethereum Knoten. Entwickelt wird entweder in einer Idee, ich bevorzuge die Remix ID, das ist eine Online ID, die ist relativ immer up to date, dort gibt es auch diverse Umgebungen, das heißt ich kann hier zum Beispiel einen neuen Contract test.soll erstellen, soll für Solidity, hier kann ich nun Contract Test, das ist JavaScript ähnlich und hier kann ich eine Variable definieren 256A und da kann ich das jetzt kompilieren und man kann nun auch nachschauen was kompiliert worden ist. Hier sieht man den Bytecode, das sind eben diese Upcodes von denen ich vorhin gezeigt habe, also Push, Push, Store, Call Value, hier wird der Value auf dem Stack dupliziert, dafür muss man alles Gas bezahlen, die Gas Berechnung die findet man auch hier unter den Gas Estimates wie viel das es ungefähr kosten wird, Execution Cost ist relativ einfach, aber halt das Deployen ist dann relativ teuer, weil man eben Daten speichern muss und das wird dann genau das ist der Code der wird dann auf der Blockchain gespeichert als Transaktion die wird dann auf jedem Ethereum Knoten gespeichert wird dann auch wenn man eine Transaktion ausführt wird das dann ausgeführt der State wird dann upgerated und man muss entsprechend dann Gas zahlen das kann ich jetzt nun auch deployen und zwar habe ich hier die Möglichkeit zwischen einer internen JavaScript Blockchain wo dann jede Transaktion eigentlich sofort in einem Block gemeint wird und das ist mehr zum entwickeln dass man sieht dass man Kontrakts schnell ausführen kann und dass man sieht wie sich dieser Kontrakt verhält man kann das jetzt aber auch mit Metamask verbinden und das ist dann Injected Web3 und dann verbindet er sich mit meinem Account 0CB das ist dieser Account hier 0CB RingBee ist jetzt ein Testnetzwerk es gibt weitere Testnetzwerke wie Gurley oder Robston Robston ist am nächsten zum Mainnet aber das sind alles Testnetzwerke da hat man auch keine richtigen Ethers also diese 60 Ethers für die musste ich jetzt nicht bezahlen das ist Ethers die man brauchen kann um die Kontrakts zu testen bei Robston dort gibt es morgen den großen Merge und zwar gibt es ja die Bestrebungen von Proof of Work auf Proof of Stake zu wechseln das macht man natürlich zuerst im Testnetz und dafür wird das Robston Testnetz verwendet und der Merge sollte morgen passieren am 2. Juni danach müssen die Knotenbetreiber noch eine Difficulty setzen eine Terminal Total Difficulty setzen und am 3. Juni sollte es dann losgehen und dann sieht man wie stabil das Netz sein wird das heißt wenn ihr etwas entwickeln wollt schlage ich vor bis sich die Sachen hier mal stabilisiert haben entweder Ringpy oder Gurley und wenn Robston dann soweit das alles überstanden hat dann würde ich empfehlen das dann wieder zu verwenden Ringpy hat auch einen Blockchain Explorer ähnlich wie die anderen Testnetzwerke hier kann man dann seine Transaktion sehen welche man gerade deployed hat oder ob man jetzt etwas eine Transaktion ausgeführt hat das sieht man hier in diesem Testnet Explorer auch wenn zum Beispiel zu wenig Gas mitgegeben hat dann steht eine Fehlermeldung out of gas man kann schauen was genau ausgeführt worden ist also das hilft eigentlich enorm wenn man gerade einen Fehler hat und wissen möchte wo der Fehler ist bei Robsten wie auch bei Gurley kann man auch selber meinen das heißt man muss natürlich auch dementsprechend eine CPU oder GPU haben bei Robsten reicht es wenn man eine CPU hat weil es sind eben keine richtigen Eders und hier kann man dann seine Eders auch selber meinen und bei Ringbee wenn man dort nun ein paar Eders haben möchte kann man das über das Faucet machen dort Faucet ist gerade offline schade wenn es dann wieder online ist kann man hier einen Facebook oder einen Twitter Tweet absetzen mit der Adresse wo man dann die Eders hin übertragen möchte und dann bekommt man 18,75 maximal Eders die an diese Adresse geschickt werden und das habe ich auch schon ein paar Mal gemacht und deswegen habe ich jetzt fast 60 Eders welche ich zum testen brauchen kann schauen wir uns kurz ein Beispiel an das ist eher Material dann für das Herbstsemester wo man dann auch ein Challenge Task bestehen muss wo man mit einem Smart Contract interagiert beim letzten Mal war es eben ein NFT Markt oder respektive eine Applikation welche NFTs transferieren kann Non-Fungible Tokens das werden wir uns auch ansehen wie man das genau entwickelt was es genau ist und hier nur als Beispiel wie man so ein Contract wie so ein Contract aussieht und wie man damit interagieren kann das heißt ich starte jetzt da ist die Konsole jetzt habe ich sie geht das ist aus dem FS 21 und da habe ich nun hier meinen Code ich habe ein Smart Contract der ist relativ einfach den kann ich auch kurz zeigen das ist dieser hier den kann ich natürlich auch in Remix das ist hier kann ich das hier einfügen kompilieren lassen und dann könnte ich den auch deployen und zwar deploy ich das jetzt mal ins Ringpit Test Netzwerk damit man sieht wie es funktioniert der Notary Contract wurde erfolgreich kompliziert jetzt klicke ich auf deploy da kommt mir dann die meldung wie viel das es kosten wird ich sage dann ja passt und ich kann jetzt beobachten auf Etherscan was mit dieser Transaktion passiert das ist noch alles pending da wird das wird ungefähr 14 oder 15 Sekunden dauern bis es dann auch auf der Blockchain in einem Block aufgenommen wird jetzt sehen wir ist es in diesem Block aufgenommen und ich kann mit diesem Contract interagieren was ich auch noch machen könnte theoretisch ist jetzt den Smart Contract aufrufen das heisst das Verify aufrufen oder Store das mache ich jetzt aber mit der Applikation das heisst ich starte hier ich mache mal install dass ich sicher alle dependencies habe die sollten eigentlich up to date sein hoffentlich und mit Webpack starte ich nun auf localhost diese Seite das läuft soweit und jetzt kann ich hier über localhost 8080 dürfte das sein kann ich dann auf diese Applikation zugreifen und hier fragt er schon mit welchem Account soll ich das verbinden und ich verbinde es mit dem ersten Account hier connecte es und nun kann ich mit dem Smart Contract interagieren den ich hier deployed habe also mit diesen zwei Funktionen store and verify das mache ich mit ethers das heisst im package json habe ich hier eine dependency auf ethers ich habe das ganze mit view gemacht und dort kann man eigentlich relativ schön sehen wie einfach das ist und zwar ist hier rufe ich hier verify auf das ist die methode die wir hier definiert haben verify ist ein Dokument auf der oder ist der Hash der Dokument in der Blockchain gespeichert und hier oben haben wir oder hier unten haben wir dann das store hier speichere ich das Dokument das ich notarisieren möchte und das funktioniert wie folgt also ich kann jetzt hier auf dieser Seite kann ich ein Dokument hochladen da nehme ich zum Beispiel nehme ich ein Dokument hier eine ein Error File und da wird der Hash berechnet dieses Files es wird geschaut ist dieser Hash bereits gespeichert diesem Smart Contract dieser Smart Contract der speichert eben wer das die Hash geschickt hat was die Hash ist und was der Timestamp ist und ich kann das überprüfen sagen wer hat es geschickt und was ist der Hash und zurück kommt der Timestamp und wenn der Timestamp 0 ist dann weiss ich es ist nichts gespeichert wenn der Timestamp irgendetwas anders als 0 ist dann weiss ich es wurde gespeichert das heisst hier wurde nichts gespeichert das gebe ich dann auch aus und ich habe jetzt die Möglichkeit das zum speichern hier rufe ich dann die Funktion store auf da wird auch auch state auf der chain geändert das heisst wenn ich lesend zugreife kostet mich das nichts wenn ich speichern darauf zugreifen möchte dann kostet mich das was wenn ich hier auf notarize klicke kommt wieder metamask und fragt hey das kostet dich dann so viel ich sage ja passt und dann wird dieser Hash auf der Blockchain gespeichert die Transaction ID die können wir wieder hier verfolgen die ist schon in der Chain drin ist am indexieren das heisst wenn wir hier die Seite nochmals laden das gleiche File nochmal hinein ziehen dann kommt ja verified es ist in der Blockchain gespeichert wenn ich jetzt irgendein anderes nehme hier dann sieht man das andere File wurde nicht gespeichert das heisst hier konnte man nun verifizieren mit einem relativ einfachen Contract dass dieses Dokument wurde zu diesem Timestamp in der oder der Hash dieses Dokumentes wurde in der Blockchain gespeichert und das ist der entsprechende Contract dazu das ist relativ einfach und wie man diese Contract schreibt das werden wir uns im Herbst Semester ansehen in der Blockchain Folies und da werden wir uns damit vertiefen und auch der Challenge Task behandelt natürlich die Blockchain und dort werden wir ein System oder das Requirement ist dass man mit einer Blockchain interagieren muss und die